Hallo miteinander, saget mal, gibt es Corona noch oder was? Leider, es gibt nur dieses Corona-Spezial nicht mehr bis nach der Tagesschau. Ich habe ja schon befürchtet, das bleibt uns erhalten. Wenn sowas mal angefangen ist, das bringst du manchmal nicht mehr los. Corona-Spezial war ungefähr so eine Mischung, wie soll ich sagen, aus Aktezeiche XY und der Sendung früher mit dem Robert Lemke, könnt ihr euch noch erinnern, das was bin ich. Aber ist jetzt wieder alles beim Alten? Die Geschäfte sind wieder voll wie vor Corona und am Ballermann haben sie schon wieder aus den Eimer gesoffen? Nichts ist, wie es war. Der VfB Stuttgart will Geld vom Staat, dass er seine teuren Spielergehälter zahlen kann und der Tönnies will auch Geld vom Staat, dass er die Niedriglöhne auch noch sparen kann. Im Klartext heißt es, es gibt Schlachtplatte für alle, auch für die, die keine VfB-Fans sind. Ich weiß, sie hätten es nicht bestellt. Ich auch nicht. Aber trotzdem, ein guter Appetit. Wir schaffen das.